Was für Fragen haben wir jetzt? Ganz ehrlich gesagt, das kriegt aber nicht davon träumt, dass ich mal ein Geschirr richten werde. Aber wie man es so schon sagt, am Anfang muss uns ein Glück gezwungen werden. Und es ist für mich zur Zeit definitiv da dran zu machen. Nein, wir schleifen zwischen 200 und 500 Palien. Da braucht man weniger eine Woche nicht mehr. Sicher ist ein bisschen eine Herausforderung dabei, aber es ist mir auch egal. Ich würde mich machen. Wie soll ich das formulieren? Ich richte die Skien so her, dass eigentlich jeder die Streif bezwingen kann. Ob jetzt Hoppirennfahrer oder Profirennfahrer oder einfach nur ein ganz normaler Skifahrer. Grüß euch, ich bin Oberacher Florian, gebürtiger Kitzbauer und bin seit 10 Jahren bei der Firma Kitzbauer in der Werkstatt. Also ich habe eigentlich, so kann man sagen, meine Hobby zum Beruf gemacht.